Moin und hallo zu einer neuen Folge LS15 auf der Oldstreams Map mit mir, dem Chris LP. Juhu, wir machen weiter hier mit unserem Dreschen und so. Mit unserer Silage natürlich, die wir im letzten Part gemäht haben auf Feld 9. Oder besser gesagt, wir haben das Gras gemäht. Und ja, heute in dem Part werden wir schwadern gehen mit unserem IHC. Ich habe ein bisschen was gemietet. Ich habe uns den großen Kuhlschwader gemietet. Denn ich dachte mir, der passt besser für das Feld 9. Das geht ein bisschen schneller. Und wir können in dem Part ein bisschen schneller noch einfahren, denke ich mal. Und ein weiterer Grund ist, der Kuhlschwader, der Kleine, der ging ein bisschen sehr, ja wie soll ich sagen, der hat es verschoben sehr. So wegen der Neigung des Feldes halt auch. Und drum dachte ich mir halt, nee, komm, da kannst du den großen doch mieten. Der hat nur 116 Euro jetzt gekostet für die paar Stunden, drei Stunden oder was, habe ich ihn gemietet, glaube ich. Und ja, drum dachte ich mir, komm, dann schwadern wir mit dem großen und fertig. Unser IHC sollte den ja verpacken. Ja, das ist die zweite Aufnahme. Ich hoffe, dass das jetzt funktionieren wird. In der ersten Aufnahme habe ich es mit dem kleinen Kuhlschwader probiert. Ja, es hat nicht so funktioniert, wie es sollte. Hier müssen wir halt aufpassen, dass wir früh genug einschlagen, dass wir nicht gleich im Zaun hängen bleiben. Auf geraden Strecken geht das ganz gut. Bei Kurven sollten wir relativ frühzeitig einschlagen, wie hier jetzt auch. Weil sonst haben wir echt das Problem mit Zaun hängen bleiben und so. Ich bin auch mit einem kleinen Schwader im Zaun hängen geblieben. Hier ist es jetzt auch recht knapp gewesen, aber es hat noch relativ gut funktioniert. Und ja, dann können wir flitzen hier runter den Berg mit 19 km h. Ich muss sagen, ein größerer, ein größerer, äh, ein anderer Schlepper hat, glaube ich, den Schwader auch nicht verzogen. Den anderen, äh, Schwader verzieht auch nur noch unser Liza hat. Also, das ist, glaube ich, der einzig starke Schlepper noch, wo den auch verzieht. So, wir fahren hier ein bisschen anders. Ist ein bisschen doof, das Eck hier gemacht, äh, mit dem Schwadern kommt man da nicht so gut rein. Muss halt echt frühzeitig ein bisschen einschlagen, dann klappt das eigentlich ganz gut. So, die erste Runde haben wir geschafft. Dann hätte ich gesagt, fahren wir, äh, Bahnen irgendwie, wenn das möglich ist. Was halt noch richtig geil wäre an Schwadern, wenn das noch käme für den LS 15. Es gab im LS 13 ja diesen Glasschwader, diesen großen Vierer Glasschwader, Glassliner 4000 oder was das war. Man konnte halt da mit J, K, M, N, konnte man halt einzeln die, äh, Schwader, die Schwaderflügel senken, sag ich jetzt mal. Oder die Kreisel, die Schwadkreisel senken konnte man da einzeln mit J oder K oder M und N, egal, welchen man halt haben wollte. Und das wäre halt hier für die Schwader auch richtig gut, weil dann kann man auch ein bisschen die Spitze, wenn man ein spitzes Feld hat, kann man das besser schwadern. Und, ja, das fällt auch hier auf, also man muss halt frühzeitig aufheben, wenn man ein Vierkreisel-Schwader haben, dann wären die Schlauen nicht so schön, sag ich mal. Und deswegen macht es da eigentlich so ein kleinerer, kleines, kleine Funktion eigentlich viel besser. Aber, ja, könnte ich modden und so, würde ich es echt machen für mich, so, so einen kleinen Modder, der wird den umschreiben noch. Der würde da einen kleinen, äh, anderen Schwader ein bisschen machen und... Aber, ja, gut, ich kann nicht schwadern, drum bin ich eigentlich froh, dass das andere können, muss ich echt sagen. So, wir drehen uns hier mal ein bisschen. Das Feld haben wir ja gleich gespadert, dann können wir gleich noch mit dem Ladewagen, denke ich, hinfahren und einsammeln. Und unseren Drescher vielleicht noch abtanken, das wird auch noch kommen, denke ich. Ich weiß nicht, ob der fährt, zu dem müsst ihr mal kurz rüber gucken. Aha, hier ist der Knabe. Ähm, wir haben das Problem mit, ähm, wir haben das Problem hier mit, ähm, ja, unseren Bäumen wieder. Würde ich sagen, fahren wir hier einmal rauf, dass das ein bisschen breiter ist. So, dann kann der auch vernünftig umdrehen. So. Schieben wir wieder zurück. Irgendwo müssten wir reinfahren, ja schon. So. Ich denke, einmal werden wir, oh la, einmal, denke ich, werden wir den noch umsetzen müssen. Ja, wir drücken wieder die Taste 5. Und wir machen hier weiter, mit dem Schwadern. Können wir ja das Ganze noch einfahren. Vielleicht mähe ich im nächsten Part noch mal ein bisschen was, hätte ich gesagt, oder so. Irgendwo ein anderes Feld, oder ich fange an, das zu sehen. Äh, weil wir haben ja unser Feld, äh, was ist das? Feld 23 haben wir ja gedroschen schon. Und das könnte man ja dann wieder zu, äh, bestellen anfangen. Düngen müssen wir auch natürlich noch. Ich hoffe, dass dann auch irgendwie eine Nachfrage im nächsten Part kommt für irgendwas. Dann können wir uns vielleicht ein bisschen Kühe kaufen oder so. Dass wir ein bisschen Kuhwirtschaft machen können. Bei den kleinen Maschinen soll es erst mal so bleiben, glaube ich. Vielleicht ein größerer Träscher irgendwann noch. Vielleicht irgendwann so ein Dominator noch. Oder ein Schlüter. Ein Schlüter hätte ich echt Lust zu. Weil, ähm, ein Schlüter ist eigentlich ein sehr gemächlicher Part von Schlepper, sage ich mal. Aber er ist ein schöner Schlepper, muss ich sagen. Ein starker Schlepper vor allen Dingen. Also er hat einiges am PS natürlich. Viele kennen ihn natürlich ja auch. Und, ja, er macht sich gut in Ackerbearbeitung, sage ich mal. Und deswegen, muss ich echt sagen, kann man den, äh, echt kaufen, mal sehe ich. Und, so, würde ich sagen, fahren wir wieder Richtung Hof. Das Feld ist geschafft. Große Schlauen hat es gegeben. Ich bin jetzt echt gespannt, was unser Ladewagen sagt, ob der gleich voll ist oder wie das Ganze jetzt ablaufen wird. Da bin ich echt jetzt mal gespannt. So, holladiupp. Können dann unsere Tiere palter einziehen, wenn wir dieses Geld haben dafür. Weil Kühe kosten noch relativ viel. 2500. So, ich hätte gesagt, wir stellen den Schwader erstmal hier vorne hin. Da holen wir unseren Ladewagen von da hinten raus, aus unserem schönen Eck. Muss ich echt sagen, da passt der Ladewagen noch relativ gut hin. Noch mal die Heckscheibe auf. So, dann sagen wir zu unserem Kollegen, so, hängen mal an. Zack. Können wir wieder losfahren. So, mit unserem schönen Ladewagen. Gibt bestimmt auch ein schönes Gespann. Macht sich echt gut, der Ladewagen. Schade, dass den nicht im Multiplayer gibt. Den gibt es ja nur leider im Singleplayer. Schade. Unser Hahn. Hallo Hahn. Hallo Hahn, danke schön Hahn, dass du aus dem Weg gehst. Gibt es ja leider nur im Singleplayer. Im Multiplayer wäre der echt richtig geil. Weil dann wäre das so ein kleiner Ersatz für, ähm, ja, für, für unseren Euro-Boss, Pöttinger Euro-Boss. So, mal gucken, wie sich das Ganze jetzt verhält. So. Sollte eigentlich funktionieren. Schlepperstreif ganz schön in den, ja, schlauen, aber elf Prozent schon. Ich denke, zwei Ladewegen wird es geben, ungefähr. Mal gucken, wie viel es gibt, wenn wir einmal außenrum sind. So, vielleicht nachher noch mal ein bisschen die Reste einsammeln. Oh, was ich muss sagen. Ladewagen füllt sich richtig realistisch, das ist ja nämlich das Ding, äh, was bei dem Pöttinger Euro-Boss halt das Problem ist, dass der sich nicht vernünftig füllt. Genauso wie die anderen, äh, Anhänger oder so, die füllen sich auch nicht richtig vernünftig, sag ich mal. Das ist echt, äh, wenn man manchmal sieht, die Agro-Liner, die, wie die sich füllen, das ist echt wie Kraut und Rüben, also nicht schön, sag ich mal. Manchmal ist das echt wie, keine Ahnung, die Agro-Liner bleiben halb leer, man meint, die sind noch gar nicht voll, obwohl die, äh, voll sind schon. Man denkt sich, was, die sind schon voll, obwohl, obwohl noch nicht mal was, äh, ja, keine Ahnung, oben rausguckt. So, rein, unten hatten wir ja 50 Prozent, oder was? So, jetzt sollten wir es doch eigentlich relativ gut reinbekommen in einen Ladewagen. Ja, einmal ablehren müssen wir, denke ich mal. Ja, ich denke, einmal auskippen werden, wir müssen ganz reinbekommen, werden wir es nicht. Unten werden wir 80 Prozent haben, dann fahren wir noch einmal rauf, halb. Dann dürfte das schon fast gewesen sein. So, sammeln wir das hier unten noch ein bisschen ein beim Ladewagen. Wenn das irgendwie hinkaut mit unserem Zaun. So, ein bisschen eingesammelt. Hab in die nächste Schlaue. Wie viel das ich? Richtig geil, muss ich sagen. So, da mach ich jetzt noch ein Samtnähl. Ich führe jetzt hier, äh, live in der Aufnahme fort, wie man ein Samtnähl macht, sag ich mal. Man sucht sich einen schönen Platz, man, ja, tja, so wie jetzt gerade. Man drückt F10 vom Aufnahmeprogramm, wir dreh die noch so ein bisschen. Und drückt nochmal F10, ich glaube, das werde ich als Samtnähl benutzen. Und wir fahren weiter. Ich lasse jetzt das Rad mal aus. Und ich mache es wieder an. Ja, das kann man auslassen. Aber, ja, unser Dresche ist 100 Prozent. So, unser Ladewagen auch. Ab jetzt. Wunderbar. Dann kann die erste Fuhre gleich zum Silo. Ah, was macht unser Ladewagen denn? Hallo, Ladewagen, ganz ruhig. So. Ein bisschen vorsichtig fahren, dass der nicht aus der Spur kommt, unser schöner Ladewagen. Wir können abkippen. Ein bisschen nach vorne durchfahren, so. Rückertschieben ein bisschen, ein bisschen gleich verdichten nebenbei. Können wir ja auch gleich mal nach vorne. So, wie viel Prozent haben wir auf Füllstand? Sechs Prozent, das ist richtig gut. Dann denke ich, werden wir mit dem Rest auch nochmal ein paar Prozent reinkriegen. Dann können wir es vielleicht zudecken schon. Dann haben wir gleich ein bisschen Silagen für unsere Kühe. Die Anfangssilage, Heuballen, denke ich, haben wir ja genügend. Dann brauchen wir halt noch einen Frontlader an den Gültner oder hier dran. Mal gucken, ob man die Ballen laden kann. Ich habe die Ballen dann hier ausprobiert. So, gleich dies noch mitnehmen. Nun fahren wir ganz nach oben. Nehmen da den Rest noch mit. So. Sommeln wir das Ganze ein bisschen ein. So, weiter geht's. Ja, einmal rauf, dann haben wir das Ganze auch geschafft, unsere Silagen. Dann können wir im nächsten Part unseren Drescher weiter abtanken nebenbei und ein bisschen sehen. Dann haben wir ein bisschen Abwechslung, ein bisschen Anhänger fahren, ein bisschen, ja, so ein bisschen andere Aktivitäten tun. Hört sich jetzt zweideutig an, ist es aber auch so. So. Ja, gut, dann können wir. So. Sammeln wir das letzte Schlaue ein von unserem ersten Schnitt auf dem Feld. Was haben wir denn gemacht? Strohballen, aber Heuballen müssten wir dann doch nochmal machen. Aber wo haben wir Grasfelder normalerweise? Äh, das wird ja nicht die einzige Wiese sein, denke ich mal, hier auf der Map. Ich hoffe es mal nicht. Weil sonst müssen wir, Feld 2 ist eine Wiese, Feld 4 ist eine Wiese. Würde ich sagen, Feld 2 ist noch eine schöne Wiese. Die liegt vielleicht ein bisschen in dem Tal, da können wir unseren, können wir unseren, äh, anderen Dings benutzen. Und einen anderen Schwader, denke ich auch. Dann können wir mit unserer kleinen Ballenpresse wieder Ballen machen. So, hola, Schlaglöcher sind doch A-Tief, muss man sagen. Und ab auf den Haufen. So, und los geht's wieder. Wunderbar. Können wir den da vorne auch wieder reinparken, mehr als für Silage brauchen wir den hier auch noch nicht gerade. Weil einen Strohverkauf habe ich ja noch nicht gefunden, macht das auch keinen weiteren Sinn. Ballenverkauf habe ich auch noch nicht gefunden. Ich muss mal auf Mod-Toster gucken, ob es hier irgendwo was gibt, wo man Ballen verkaufen kann. So, fahren wir nochmal eine Runde zum Silo, fahren das Ganze noch ein bisschen fest. So, dass wir das zudecken können. Ich hoffe, dass es zum Zudecken geht. Ja, wieder drüber. Ja, funktioniert ganz gut, muss ich sagen. Ein bisschen langsamer hier tun in der Mitte, das ist noch nicht ganz verdichtet, glaube ich. Auch ganz zum Schluss noch nichts. So, das ist mittendrin, ist glaube ich das einzige, was fehlt noch. Und wieder zurück. Irgendwo muss noch was sein. Ein paar Reste noch zusammensammeln. Ganz verdichten tut das nicht, ich weiß nicht warum. Ah, zudecken kann man noch nicht, schade. Schade, dann muss ich doch im Offline noch ein bisschen was fahren. Aber ich würde sagen, das war's zu diesem Part. LS15 und wenn's euch gefallen hat, lasst ein Like da und Kommi. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Tschüss, Leute.